Sie sind, wie ich sie geschrieben habe. So wie diese Stadt. Sie waren nicht hier, bevor ich sie erfand. Sie habe ich auch erfunden. Nein. Ich weiß, was warst. Ich weiß, was ich bin. Und ich lasse mich nicht von ihnen manipulieren. Glauben Sie, mein Agent hat sie zufällig angegriffen? Er hat von ihnen gelesen. Hier drin. Er wusste, dass Sie es zurückbringen und die Veränderung einleiten. Das, was hier geschieht, überall geschehen lassen. Er wollte sie aufhalten. Ich bin aber nicht Teil einer Fiktion. Ich denke, nach dem Buch sind Sie es doch. Lesen Sie es, wenn Sie mir nicht glauben. Sehen Sie sich an, was ich für Sie vorbereitet habe. Ich weiß genau, was ich bin. Wirklich? Gehen Sie bitte zurück. Ihre Welt liegt am Ende dieser Passage. Gehen Sie endlich, Trent. Ich kann die Kreaturen nicht länger aufhalten. Ich kann die Kreaturen nicht länger aufhalten. Ich bin 1920. Ich bin 19. Ich bin 19. Anti-Matter-Matter. mit Masse eingeschlossen. Er ist nicht in der Bunkanlage. Was soll das heißen? Ich habe es nicht in der Bunkanlage. 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 Wenn er sich ohne Befehlenssatz hat, ist ein Fahnenflucht. Ich habe es nicht in der Bunkanlage. 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 Wer organisiert die Verpflegung der Bevölkerung und der Soldaten, wenn alle weg sind? Fragen Sie mich was leichteres, Professorin. Aber das ist doch Wahnsinn! Ich habe es nicht in der Bunkanlage. 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 Ich habe es nicht in der Bunkanlage, Ich möchte es lang so etwas, die dnbien in der Bunkanlage, denn es ist ja ein Fung, unsere Uni. Wir sonnen, Fung, demasiu'n, Mal zu tierra Device! Wir sonnen, ellst haiwarm, setzt der Bunkanlage. Untertitelung des ZDF, 2020